Der Räuber Hotzenplotz. Eine Figur, in die diesmal nach Gerd Fröbe und Armin Rode der Wiener Burgschauspieler Nikolas Ofzarek schlüpft. Es gibt meistens Vorgänger und die sind auch meistens besser und damit bin ich schon mal entlastet. Bei solchen Sachen stehe ich ja total drauf, wenn sowas so toll gebaut ist. Also diese Illusion, auch die Höhle vom Hotzenplotz, die ganzen Sets, die ganze Ausstattung ist ja ein Fest. Wir haben das im Kindergarten schon gelesen, das war so das eine Buch, wo dann ganze Kinderschar in einem Kreis saßen. Der Räuber Hotzenplotz. Jetzt im Kino.